Endlich angekommen bei Chong's Turnier. Frisch gestärkt für die nächste Runde. TBT gratis Essen von Chong. Danke nochmal. Wie findest du dein Turnier bisher für gratis bekommen? Richtig geil, ohne Witz. Also ich hatte sechs Wochen Yu-Gi-Oh Pause. Sieben. Sieben Wochen, echt? Ja man. Letzte Woche war sechste Woche. Ja mein Laptop ist kaputt gegangen. Ich konnte kein Yu-Gi-Oh zocken. Es kann Yu-Gi-Oh spielen. Ich bin ja einer der online viel testet, aber jetzt wieder zu spielen hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich drauf. Ich stehe 1-1. Tech Feature kommt noch. Kommt es? Drehst du noch Videos? Ja, klar. Ich bin doch immer am Start. Hoffentlich. Die anderen leider nicht mehr. Nico doch schon. Aber Nico ist erst vor zwei Stunden aufgewacht. Nico braucht immer einen mit vor der Kamera alleine. Ist er noch nicht bereit. Okay. Aber auch entweder Tati oder dich wahrscheinlich immer. Aber Chong ist ja auch am Start. Er veranstaltet echt viel. Da kann man echt nichts sagen. Auch seine Sticker Token und alles. Aber wie so technisch? Flaut du bei ihm? Das verstehe ich auch nicht. Wie läuft dein Turnier bisher? Ich bin ja jetzt erst gekommen. Wir sind 50 Spieler. Eigentlich relativ freuen. Alle sind glücklich. Wir hatten gerade Pause. Haben alle gegessen. Wir haben einen tollen Test bekommen. Hatte 100 erwartet. Also gehofft. Wie immer für dich. Ich hoffe das Beste immer für dich. Aber es ist okay. Regen. Wiesen ist. Es ist ein bisschen schlimm. Ein paar Leute haben dich enttäuscht. Möchtest du was an die sagen? Wichten? Schlimm von dir du Wichser. Ich bin echt enttäuscht von dir. Hast du Tati gerade besorgen können? Nein. Oh mein Gott. Tati hörst du. Er hat nicht mal geschaut. Schau wo die geht. Schau schon die Bilder wie die geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind jetzt in die Runde 3. Wie viele Runden gibt es? 6 Runden und dann Top 8. Es sind interessante Decks dabei. DDD, Mermel, Pendelo, Slow Ice ganz viele. Equipire. Gravekeeper. Gravekeeper ist dabei. Super saftig. Ich habe zwar ein bisschen getop deckt. Aber ich habe gewonnen. Ich glaube mein Gegner hat gespielt. Was hast du gespielt? Gegen Herold. Shoutout an Long. Komm mal wieder vorbei. Achso stimmt. Tommy Lee. Euter wo bist du man? Komm mal echt wieder vorbei. Das ist eigentlich ein Kandidat für TBT. Eigentlich schon. Wollte ich gerade sagen. Er wäre echt ohne Witz so wie Steve. Einer bei uns. Echt korrekter Typ. Den mag ich auch richtig. Das weiß er auch. Schau echt wieder vorbei, Mann. Ohne Witz. Herold kann man echt spielen. Das Deck war gerade echt krass. Ich habe zwar krass getop deckt. Und dem 2 hatte ich zu viel Speed. Da konnte er nichts machen. Aber das Deck ist echt gut, Mann. Jetzt richtig stabil. Und ich habe noch mal einen Kuscheltier. Ich habe zwei Engines gesehen. Einmal mit Star Seraph. Und einmal mit Kuscheltier. Und ich glaube die beste Engine ist einfach mit Agent. Weil da kommen über alles. Man muss eine Engine einsplashen. Also Kuscheltier und Star Seraph hat mir nicht gefallen. Aber echt. Stopp. Noch mal Shoutout an Chong. Echt. Ich bin richtig glücklich wieder Yu-Gi-Oh! spielen zu können. Gratis essen. Erdmeckarten kriegen. Man kann echt nichts sagen. Da Chong. Ich zeig auch Chong. Was? Wo ist er? Okay. Okay. Das war ein Munger. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab gerade ein Fan zerstört. Leider. Ich hab geleitet. Er hat geleitet. Kennt die Sprüche. So ist es. Ich hab keine Gnade. Ich muss ernsthaft mein Bestes geben. Ich hab auch krass gezogen. Ja, übertrieben krass. Ja. So ist alles. Nice. Hast du nicht gewonnen? Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wie viele Leute seid ihr hier? Wie viele Leute? Vier. Wie weit seid ihr gefahren? Von St. Gallen. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Ach so, das ist ja gar nicht so weit. Ja. Ja, kann man ja Gas geben auf dem Dautionautobahn. Ja, ja. Nicht schlecht. Ein weiterer leidender Fan. Scheiße, Mann. Von dem gibt's zur Zeit viele. Was für ein Tag. Kommt vorbei, Leute. Schaut's. Er ist aus St. Gallen vorbeigekommen. 1,5 Stunden auf deutschen Autobahnen. Könnte schön Gas geben. Internationale Fans haben wir. Nicht so wie unsere Freunde, die uns enttäuscht haben. Oh mein Gott, die Regensburger. Die Regensburger. Leidender Dennis. Leidender Mounir. Leidender Mert. Leidender Afghane. Mein Gott, die sind alle nicht da. Schön, ihr habt uns alle enttäuscht. Wir sehen hier Baris gegen den Leidenden Arthur. Sein nächstes Opfer. Den nächsten, den er aus der Yu-Gi-Oh-Szene kickt. Komm, Arthur. Nee, Digga, ich leide. Er ist aus der FIFA-Szene. Ich glaub, du brauchst einen. Heute, Argentinien. Zwei Erzfeinde. Warte. Leidender Arthur. Demleidender Dennis bald folgen. Passt schon. Dennis zurück. Ich hab gehört. Der Arthur hat jetzt schon keinen Bock mehr auf Yu-Gi-Oh. Ich mach gegen Dennis Fanpost 2. Hat er auch dringend nötig, Mann. Fanpost 1 hat ihn schon lange... Hat Dennis gesnitcht? Hat er gesnitcht? Am Dauernd, Mann. Nee, er hat ein bisschen rumgestichelt. Er ist übermütig geworden. Bisschen zu viel Fame. Dann ist er übermütig geworden. Dann muss ich ihm Baris wieder zurück auf den Boden holen. Jetzt mach ich noch nichts. Aber mein Disstrack ist schon bereits fertig. Ich hab gehört, Chong bereitet einen gegen Munir vor. Echt jetzt? Hat Munir echt verdient? Munir hat ihn echt verdient, Mann. Er hat Chongs Herz gebrochen, Mann. Chong ist echt wütend, Munir, dass du Bescheid weißt. Arthur, was geht mit der German YouTube League? Was ist das? Das ist Kochenmann und jetzt ist keiner da? Arthur, was geht mit der German YouTube League? Ja, man muss gucken, ich hab keine Augen. Echt jetzt? Oh mein Gott. Alter, du bist der Gründer. Ja, ich hab ja auch ein Leben. Vor der Kamera hab ich das aufgenommen. Ich hab keine Augen. Echt jetzt? Nein! Ohhhh! Lukas, Baby! Ohhhh! 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 Wir haben hier Chong. Vor unserem Gewinnspiel hat er das bekommen. Dank Kartensalon. Danke Leute, dass ihr über mich gewartet habt. Wuuuuh! Ja, Mann. Ich freue mich. Danke für den Preisraum. Alles scheiße! Wieso leidest du schon wieder? Ich... 1-3-Drop. Wenn du willst. Okay, komm. Da ist auch was drin. Ich hab gegen Monax verloren. Was ist denn da drin? Der Designer des Völ, die von Fogo geht aber. Na, das ist... Oder? Fünf Euro. Oder? Du siehst doch da drin, oder? Fünf, ja. Da ist alles Gutes drin. Sonst, ja. Breakthrough, Terraforming, Braving... Sind schon paar gute Karten. Mein Gott, das ist schon ein Backform. Mein Gott, aggressiv. Boah, das ist ein ganzes Pack. Was ist das? Wie ein Starter-Deck, Mann. Keiner ist. Sehr glücklich. Das hat er mit seinem krassen Poker-Bild gewonnen. Was drehen wir für Videos heute, Arthur? Äh... Wieso? Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, wir! Also von ihm. Von ihm? Er ist 1-3-Drop gegangen, Mann. Ja. Oh, ich kann jetzt... Die ist doch was wert, gell? Ja. Oh, ich kann jetzt Paladin-Denks spielen. Geil. Oh, der Raiden ist auch drin. Oh, die Zahlungsnahme. Die Gator auch was. Eigentlich nicht. Ultra geht doch was. Der Ultra? Danke. Oh, die Rechnung ist doch. Boah, das ist doch... Alter, das ist ein Drachenstein. Ich bin mal. Danke, Hom. Danke, Kartensalon hast du. Danke, Kartensalon. Danke, Kartensalon. Für das coole Teil. Willst du uns jetzt so eine Elf zusammenkriegen? Achso, nee. Freut mich. Karten habe ich alle noch nicht. Hermir Baugisch. Hermir Baugisch. Er hat 1-3 gewonnen. Krasse Team. Table 3. Gegen einen guten Spieler. Von NCG. Krasses Team. Krasses Team. Ich sehe das jetzt. Ich brauche nicht, Kartensalon und Go spielend. End-Guy. Aber hier kommt das erst nicht. Jetzt kann ich das. Barugisch deine letzte Hoffnung. Was sagst du zu ihm? Ich habe demoniert. Ich habe ihn. Er steht schon echt gut. Hart enttäuscht hast. Das erste Spiel hat einfach nur... Also das erste Spiel, das er verloren hat. Einfach nur traurig. Echt? Ja. Scheiße. Gegen was habt ihr verloren? Gegen was habt ihr verloren? Gegen was habt ihr verloren, warte ich. Ich bin gespeckt. Oh mein Gott. Ah ja. Er hat getoppteckt hat der Gegner. Angeblich hat er gesagt. Was habe ich? Der Gegner hat getoppteckt. Low scale angeblich. Low scale. Low scale getoppteckt. Egal. Mach jetzt. Weiter. Glaubst du er toppt diesmal? Oder kackt er wieder auf? Nein, er toppt schon. Barugisch zu Tops. Er muss zweimal gewinnen. Oder einmal gewinnen jetzt und einmal drown. Der hat sich. Ich gehe jetzt schon. Schauen wir mal. Eins zu für Barugisch. Ich verhelfe ihn dazu. Oh mein Gott. Barugisch wird schon toppen. Ich glaube. Aber so saftig wie wir heute ziehen, kann er schon gewinnen. Ich glaube, er zieht sie ja Tribute. Ich glaube, jedes Duell. Ein Match hat er mindestens einmal Tribute. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Mensch fängt jetzt an. Okay, fertig. Auf geht's, schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Wer beginnt? Ich bin gespannt. Wer beginnt? Wieso durfte er mal Dispector nicht spielen? Weil ich ihm gesagt habe, Gravekeeper ist besser in diesem Format. Oh mein Gott. So. Jetzt laufen hier echt zu viele BAs rum. Zu viele UAIs. Er muss sich dann gegen Bosnuss auch spielen. Und gegen Pendler hat er keine Chance dafür. Das war eine saftige Hand. Oh, super saftig. Oh, saftig. Oh, super saftig. Z ir поехalt, dro après zum nächsten Mal. Oh, super saftig. Oh, super saftig. Alles nice. Oh, super saftig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Merth, Merth hat auch gesagt, endlich macht er bei Chong's Nier. Alper Merth enttäuscht uns eigentlich nie. Aber er hat uns alles ganz enttäuscht. Wo ist Helol? Helol, wo bist du, Mann? Helol, wirklich ein Spieler. Wir hätten FIFA zocken können. Letztes Turnier, er hat sein Deck vergessen. Dieses Mal wollte er auch aufpacken. Helol. Echt, ey. Ja, Mann. Helol, du hast mich echt enttäuscht. Die Leitenden aus Regensburg, zu denen kann ich echt nichts mehr sagen. Longdao, du hast uns auch enttäuscht. Chong so, oh, jeder Longdao, er ins Kassler-Spieler kommt. Hat's schon gehypt? Ja, Mann. Tröpf oder warst du ernst gemeint? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, oh, jeder, sogar Longdao kommt. Kassler-Spieler. Steve, Steve, wo bist du? Ich hatte mich ernst auf dich gefreut. Du so. Echt komisch. Und dann natürlich Nico. Okay, Nico war tot von Wiesen, Mann. Nico, in welcher Firma bist du? Echt unlogisch. Du kriegst Auto, kannst so viel fahren. Du kannst auf der Wiesen so viel bestellen, wie du willst. Er kann parken, wo er will. Er kann parken, wo er will. Richtig krasse serbische Firma. Auf jeden Fall, Disstrack kommt bald raus. Gegen alle Fähigkeiten. Nein, jetzt ohne Spaß. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Es wird knapp an Kollegas Disstrack Fernpost 2 kommen. Wie lange machen wir Dauer? Oh mein Gott, auch nicht so lange wie er, Mann. Okay, wir machen es kürzer. Und bitte, wenn du Ehre hast, Garfield und so weiter, Nico, Steve, geht es nicht gleich zum Anwalt, sonst wird das Video gesperrt. Nehmt es wie Männer hin, okay? Wir sehen uns. Vielleicht enttäuscht. Heute wieder ein Deckrofall, oder Anton? Ja, ja, können wir machen. Hier, ich habe diese drei Karten bekommen. Ich finde diese Karte lustig, weil sie Spritzwammut heißt. Alles klar. Und ein langer Flatt. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ich gebe die Nachricht gleich weiter. John richtig hart, der TU. Er greift durch, wie noch was. Ihr könnt da ein bisschen sehen. Ein bisschen Action, ein bisschen Drama. Reicht sein Mikrofon, dass die Schlüssel noch geht. Jeder hält von außen das Mikro durch die Auflucht, ist auch von uns dann. Was ist deine Meinung? Du hättest auch fast gedraht, das hätte dir auch passieren können. Das hätte mir auch passieren können. Ich habe zum Gegner ehrlich gesagt gespielt langsam und so auch ein bisschen Spaß gemeint, aber er hat ganz schnell gespielt und hat schnell verloren. Keine Ahnung. Da hätte ich so okay, man. Weil der war mir echt sympathisch. Ja. Der war echt nett und so. Kann man nichts machen. Aber vielleicht schafft er es jetzt, wenn beide decu'd werden. So ist es. Ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, es hält sich immer aus. Immer korrekt bleiben. Oh Mann, du stopst, oder was? Das wäre doch. Puuu. Ja, hol halt, wenn wir vom Auto zurückkommen. Ja. Okay. Oh mein Gott, da kannst du alleine gehen. Jetzt bist du. Dann wenigstens meine Tafel. Ja. Ja. Es geht ab. Wie ist die Stimmung? Das Turnier geht langsam zu Ende. Ja Mann, alle sind gespannt, wer hier Finale gewinnt. Ist gerade noch hier Top 4. Aber ich krieg sie jetzt seine Preise. Top 8. Oh mein Gott, kriege ich eine Matte echt jetzt? Ja, die hat eine Top 8. Heute. Ganz geil. Dann kriegst du noch zwei Brüste. Da. Die Mathe ist echt geil. Ohne Witz. Gibt's die auch für jeden? Geile Farbe. Wie sind die Höhen? 59, glaube ich. Ja, aber sind die gut? Ja klar, CCG, bestes Team. Danke, Chong. Echt geiles Turnier, Mann. Danke, Norbert. War echt super. Wir machen hier magisch seine... Oh, der Rageki wäre echt zack. Kann hier der Topf da drin sein? Oh mein Gott, der Rageki hier Topf. Oh mein Gott, ich spüre, es ist kein Altivate. Was ist denn da? Das ist nicht so schlecht. Das ist ein Daumen. Das ist ein Daumen. Was muss hier drin sein? Ach, ist die Superball? Die war doch vorher ursprünglich, gell? Ja. Keine Ahnung. Oh, der ist ja kein Altivate. Oh, der Torf. Was ist das? Oh mein Gott. Ist die Neue die Falle, oder? Nein, ein Altivate. Ein Altivate. Nicht, Metaphose-Kombination. Minus. Ich mach jetzt ein Deck-Refal von Anton. Ihr kennt ihn als der Clifford-Spieler. Er sortiert noch. Er sortiert noch. Aber das kommt alles in den Vlog hier. Wir sind hier am Ende von Jocks Turnier. War ein gutes Event, oder Anton? Ja, mir hat es Spaß gemacht. Am Ende war es ein bisschen lang. Dann habe ich mit meinem Gegner gesplittet. Und... Aber Deck-Refal, seht ihr noch? Oh mein Gott. John rechnet das Plus aus. Hinter den Kulissen. Darf man das zeigen, John? Nein. Nein. Oh mein Gott. Cut. Nee, ernsthaft. Wie ist dein Fazit? War gut. Waren weniger Spiele da. Obwohl ich Preise mehr rausgehauen hab. Echt jetzt? Ja, ich hab ein bisschen mehr Preise rausgehauen. Ja, Preise waren echt mehr. Und wie war es für dich, Baris? Als Spieler? War es okay? Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Weißt du, Draw-Decks und so machen endlich Spaß. Und Preise waren ernst gut, Mann. Also Top 8 Preise... Ich wusste gar nicht, dass es Dramatik liegt. Ich war richtig zufrieden. Höhlen, Höhlen, Boxen. Vier Booster. Das war jetzt ein bisschen böse. Das ist krass. Weil uns so viele Leute enttäuscht haben, Mann. Ja? Unsere Leute sind nicht gekommen. Von uns hättest du alle zusammengezählt werden locker noch mal 10. Ich hab schon gewusst. Oh mein Gott. Ich wusste, nur ein Spieler kommt wahrscheinlich. Das war's von uns, diese Folge. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Turnier. Ob wir wieder zurück sind oder weiter wieder Flaute kommt danach. Die nächste Woche. Wir werden sehen. Ich kann nur das Beste hoffen. Sonst ist der Kanal echt tot, Mann. Hoffentlich leiden wir nicht. Auf's geht ab, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir bedankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut uns täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neue Turnieren. Oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss dich immer. Yu-Gi-Oh! Serious Business.